Roman Schagenhoff, Sie haben den Sieg eingeläutet heute, der EZ Kloden, im Vergleich zur restlichen Saison, ist es das beste Spiel dieser Saison, was würden Sie sagen? Ja, das beste Spiel der Saison weiss ich nicht, aber sicher jetzt in dieser Phase war es das beste Spiel. Wir wollten laufen, wir wollten kämpfen, wir wollten sie unter Druck setzen und das ist uns gelungen von Anfang an und darum konnten wir die Goal auch gerade schiessen. Wir haben jetzt viel geredet, was für einen Effekt der Overtime-Treffer am Dienstag hatte, was würden Sie sagen? Extrem wichtig natürlich, sonst wäre es 3-0 gewesen, nachher 2-1 gewesen logischerweise und hat uns extrem viel Energie gegeben und wir wussten, wenn wir laufen, wenn wir sie unter Druck setzen, dann können wir jedes Spiel gönnen. Wir sehen es im Hintergrund, die Fans sind immer noch um Stimmung zu machen, was gibt das für Sie für ein Zeichen? Unglaublichen Support, so wichtig für uns die Energie, wir brauchen das und wir werden auch wieder das nächste Spiel brauchen zu Hause. Danke vielmals. Merci vielmals.